Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Destiny und hier soll ja auf jeden Fall die letzte Folge war ein bisschen unerwartet abgebrochen um ja weil irgendwie ist das hier aufgegangen war wahrscheinlich mein kleiner er war es anscheinend dann ist die CD rausgegangen ich wusste aber ich hab die Aufnahme noch läuft glücklicherweise lief sie noch und ja das ist sie gefreut dass das dann nicht abgebrochen ist und sie selber noch beenden ja und genau der Stelle ist es dann eben abgebrochen uns ja das hier ist passiert auf jeden Fall wie versprochen werde ich diese Folge zum Mond fliegen alle sind alles begeistert das kann sein dass es uns noch was wirtschaftlich aber egal oh 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 ok gehen wir erstmal hier zu dem Typen was kann ich für dich tun hast du gerade meine Mutter beleidigt nein Spaß das geht auch egal wir müssen achten es sind ja 3 wie ziemlich cool an aber was ist das ein Scout Gewehr ok ja jetzt haben wir vier verschiedene Arten von Waffen das geht auch äh warte ich stärke Disziplin Intellekt ok geht ich nehme die Schuze ah hier hier haben wir noch was ja geht doch warte können ich noch mehr bei dir machen äh anschein nicht egal hallo anwesend annehmen äh Kopfgelegger ok danke dir dieser abgrund wurde so dass ich cool war es ist cool dass ich die waffen auf dem guten ändern kann war schrotflänse sieht gut aus hier ist mein angebot was für mich tun hüte das hönnchen da ist dann jetzt ist das hönnchen da ich bin aber warlock dancing queen der reisende strahlt hell heute nacht hüter was leute was wollen wir eigentlich haben ich will jetzt mal gucken wie viel 34 29 18 ich würde sagen ich nehme die bezweifelt sie wunderschön aus leute seht mal wie wunderschön das aussieht ich glaube das ist aber unser gesicht ich würde jetzt sind ja auch da will jeder schon immer passt ich will jetzt zum Mond fliehen guten Abend ich wusste du würdest dich darum kümmern es mir ist egal das ist die ladeschnecke die berühmt berüchtige ziel festlegen der witzig der 6 sie noch gut aus leute und kommt es mal so leute die bleibt aber ein scheint haben wir noch in der wir hier auf der Erde zu machen was hier passiert ist passiert also ich hoffe es verärgert jetzt keines Witzes zum Beispiel, aber die nächste Folge vielleicht. Ich habe mich jetzt so gefreut darauf. Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Ähm, ja komm. Und wo ist das jetzt? Da waren wir doch schon die letzte Folge und die Folge mit Okidus auch, aber... naja. Gut. Ey, können wir jetzt überfahren? Das wäre so früh, das ist nicht. Ey, lustig. Ey, das ist nicht so. Okay. Nimm, 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 nimm. Oh, oh. Oh, nein. Ey, ey, ey. Mach mich. Nicht schnett. Ach, egal. Ich... Ich mach jetzt immer so ein Lister. Okay. Komm. Jetzt aber... hier. Ernst. Voll. Ernst. Okay. Okay. Ähm. Ah, mein Lister ist gerade ein bisschen weh. Egal. Aber das ist ja eigentlich hier alles ein anderes Level und deswegen... das kann ja unloglich das Gleiche sein. 산 nicht so schön sein. Ja, so schön. Tü-tü-tü-tü. kommen und die Gefallenen in Schach halten. Ah, jetzt merke ich was. Das ist alles anders hier. Das Wurz, äh... Das sind hier wahrscheinlich schon alle tot, oder? Ja, klar. Im nächsten Raum, wo die Hexe jetzt mal war, wahrscheinlich auch... Ob ich doch mal stark... Ah, anscheinend nicht. Oh, egal. Aufs Maul! Aufs Maul! Aufs Maul! Ach, ich auch. Ach, die kämpfen gegeneinander. Ah, sehr schön. Na, tragen sich nicht so gut. Na, komm, wir nehmen die Lauten. Der nervt. Macht dir nichts. Der... Der fährt dann ins Haus. Ein Marschall A1, okay. Wenn der jetzt wieder so ein Scheiß-Hepsel ist, ich... 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 ich mag keiner ich registriere die geister sie sind zwischen ein paar gebäuden gar nicht weit weg ja was gut die geister sind noch hier die gefallenen haben sie ich möchte jetzt mal gucken hier was haben wir eigentlich bekommen automatik wahrscheinlich ja ich würde mal sagen das nehmen wir nutzen jetzt mal so wie geht das denn jetzt das war schon wieder neu war ich glaube es nicht 27 17 ja welche ist denn wohl besser liebe kinder Prozent ja schlecht noch ein der hier hat die kurz los suchen wir die Anlage die Anlage gut machen wir das ok äh wo ist die jetzt eigentlich wird mir das nicht ja gezeigt ach so ich dachte jetzt weil wir dafür sagen wo haben wir die Anlage und äh ja das würde ich ja noch nicht so müssen ja das ist meine Bruder so kann ich jetzt hoch bitte 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 komm schon ja ich kann es sogar ich kann es heute so jetzt cool wenn ich ja nicht bei Nacht bitte ne ach aber warte 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 Hey, Toiletten! Toiletten! Na, da haben wir schön hier mit den Toiletten. Äh, verstehe ich gar nicht, wieso ich noch unser Toiletten-Fan bin. Oh, Headshot? Super. Kann sein, dass ich heute ein bisschen, äh, müde bin. Aber es ist ja auch möglich, natürlich. Ich denke, ich bin immer ein bisschen müde und, äh... Kann man jetzt ausfallen. Wow. Oh, bei dir. Nichts, nicht, 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 nicht! Oh, da ist der. Wir haben, wir haben ihn gesehen. Ich glaube, wie fast das nicht mit dem Heimhaus ist. Oh, das war knapp. Oh nein, 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 nein! 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 So, weiter. Okay. Wieso? Wieso sind die so schwach? Diese Schweber, die kommen dann einfach ins... Von so schwachen Dingern einfach zum Fett rein. Warte, war das jetzt der erste Killer in Destiny? Ja, auch schon. Na gut. Na gut. Komm. So, da ist dein Freund. Oh, oh. Ich bin... Ich bin ein Versicherungsreder. Okay, äh... Oh, na.